Okay. Gut? Ja, alles klar. Let's go. Ich geh'n rein. Yeah. Lounge-Lödie. Vieligkeit normal. Stehle zehn Seiten mit Antworten für deine Abschlussprüfung. Oh. Hi. Hoi. Aber sieht doch richtig schick aus. Ist sich zwar ein bisschen komisch, aber es geht. Ich finde, du siehst vom Gesicht aus, als hättest du eigentlich schon die ganze Zeit gebüffelt für die Prüfung, aber bist jetzt trotzdem unsicher, ob du's schaffst. Ja, na, so ist es auch. Ich hab' gelernt wie ein Tier und jetzt ist mir doch zu dumm. Ah, okay. Okay. 23 Uhr. Okay. Können wir hier jetzt einfach langlaufen und dann... Wir müssen zehn Seiten halt finden. Na gut. Denkst du? Öffnet man Türen? Okay, mit E öffnet man Türen. Oh, ich hab'n Medikit gefunden. Ah, nice, nice, nice. Hätt'n wir wahrscheinlich brauchen. Oh, ich hör' sie schon, oder? Ich hör' sie schon. Ich weiß nicht, bewegst du dich gerade? Hier? Dann ist es die. Mal wieder die Türe zu. Ach, dass es besser ist. Aber hier ist, glaub' ich, keine Seite. Ich weiß gar nicht, wie die Seiten aussehen. Ob die so offensichtlich rumliegen. Bestimmt wie bei Slender damals. Ja, ich weiß sogar nicht, ob wir jetzt dann einfach wegrennen müssen oder ob wir uns verstecken müssen. Ich hab' gar keine Ahnung. Das werden wir ja rausfinden bei Sichtkontakt. Wahrscheinlich, ja. Die ist verschossen. Okay, wir müssen anscheinend auch noch Schlüssel finden. Wie geht hier noch rauf? Ah, die umkleiden. Oh, die Spinde gehen nicht auf. Ich bin hier auf Toilette. Oh, ich hab' nen Schlüssel gefunden. Oh! Gott, Alter, hab' ich mich erschrocken. LW-A-Schlüssel hab' ich gefunden. Ja, sehr gut. Seitentechnisch hab' ich noch nichts gefunden. Nee. Ist bei dir die Kamera auch so komisch, wenn man so vorwärts geht? Ja, wenn man so läuft. Ich find' die zieht immer so komisch mit. Ja. Rausgucken können wir nicht. Geschäft verrichten leider auch nicht. Schade, kann man spülen? Das ist immer wichtig. Aber kann man auch nicht. Mutts. Gut, wir haben einen Schlüssel. Wir müssen da hinten lang. Gut. Da ist grad was langgelaufen. Ja. Ja. Ja, doch, doch, doch. Aber wir könnten auch hier eventuell rein, oder? Ne, okay. Dann brauchen wir Hallway B-Schlüssel. Hm. Wer opfert sich, wenn wir die sehen? Ich geh' mal hier in den Classroom rein. Weiß nicht. Ich hab' hier noch einen Schlüssel. Sehr gut. Für C. Für ganz da hinten ist. Weil wir müssen halt hier. Ja. Wollen die am Rechner was machen? Ne, ne? Ja, das glaub ich nicht. Wieso haben die eigentlich überall leere Regale? Ich hab' keine Ahnung. Hat wohl jemand nicht Bock, die Dinger zu farmen dafür? Kann jetzt hier rein? Mit dem Schlüssel? Ja. Ja, na dann, äh. Geht's wahrscheinlich gleich los. Oh, wie das aussieht, ey. Du rückst dir so den Arsch nach hinten. Ja. Wie das aussieht. Weil wenn die jetzt von der Seite von hinten kommt, dann sind wir tot. Dann sind wir echt tot, ja. Ich hab' ne goldene Pfanne gefunden. Oh. Oh, ein Achievement auch bekommen. Ja, ja. Goldene Pfanne. Was braucht man hier? Oh, okay. Ist ja okay. Ist ja okay. Hallway-A-Schlüssel. Ja, ich hab' den, ich hab' den. Dann gehen wir gleich noch rein. Okay. So, ist auf. Noch sieht's so ein bisschen mau aus, ne? Kommt bestimmt gleich angerannt. Ach was. Alles wird gut. Ey, hier ist ein Regal voll. Uh, hier sind noch Medi-Cuts. Kannst du gerne aufnehmen, wenn du möchtest. Ich hab' schon eins. Na klar, wo bist du? Gegenüber. Na, gegenüber. Warte. Kommt, oder? Kannst du dich hier ans Fenster stellen, dann siehst du sie, glaub' ich. Ja, aber sie sieht mich nicht. Keine Ahnung. Kommt die auch? Kommt. Gleich kommt sie. Gleich ist sie da. Ich hoffe, die geht hier nicht rein. Ich glaub' die kommt jetzt gleich hier von links. Ja, ja, die kommt bestimmt. Ja, da ist sie. Ja? Da kommt sie. Ne, ich seh' sie noch nicht. Ach so. Doch, jetzt. Da ist sie. Da ist sie. Die kommt hier rein. Oh! Was ist sie denn bescheuert? Was ist sie denn? Mann, das ging ja schnell. Bist du tot? Ja, weiß nicht. Ich hab hier zwei... Drain wurde verprügelt von der Lunch Lady. Ich lieg' auf dem Boden. Die kommen mir denn daher, aber... Ich kann Medical benutzen, dann bin ich wieder oben. Äh... Ich konnte leider nicht über die Tür gehen. Hä? Hä? Ich bin auch verprügelt worden. Aber man kann sich gar nicht verstecken, ne? Also... Ich hab's grad versucht. Muss, glaub ich, weglaufen. Ja, aber... Hast du nur das Medi-Kit verwendet? Einfach linke Maustaste. Ich hab's auch gar nicht verwendet. Ich lieg' noch auf dem Boden und... So. Was ist das für ein Sound, ey? Äh... Hast du's benutzt? Und sie hat dich gesehen? Sie läuft zu mir! Warte, ne, ich hab's noch nicht benutzt. Ich benutze es aber jetzt einfach mal. Weil hier liegt nämlich... Oh, ich hoffe, die macht mir nix. Alter, ist das ne Schönheit! Ja, das ist wirklich ein kleines Schmuckstück. Warte mal, ich hab nämlich noch eins gefunden. Cool. Okay, die ist, glaub ich, weg. Dann können wir Medi-Kit benutzen. Die kommt wieder direkt zu mir gerannt. Oder? Nee, die ist grade, ähm... Da, wo ich gestorben bin. Da ist die in die andere Richtung weggegangen. Äh, trägt sie da im Kreis, oder was? Ja, aber... Das ist ja doof, dass man... ...keine Chance hat, sich zu verstecken, oder so. Die goldene Pfanne muss doch was bedeuten. Vielleicht kannst du da auch eine drüber... ...bredzen? Nee, 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 das geht leider nicht. Weil die hat, glaub ich, auch ne Pfanne in der Hand, ne? Oder? Ja, ja. Äh... So, wo ist die? Bist du schon auf... Achso, nee, Hallway A? Hä, wo bist du denn? Ich hab eine Seite gefunden. Oh, äh... Wie sieht die aus? Äh, sie sah aus wie so ein Notizbuch. Ich muss laufen. Schon wieder? Oh mein Gott. Ja, die ist genau hinter mir. Hä, wo soll ich denn überhaupt lang? Ahnung. Nein. Ja, gut. Nein. Nein. Äh... 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 Ich glaub ich muss... Ich hab den Schlüssel gefunden. Ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Ich weiß ja gar nicht, wo du bist. Wie der Eingang. Ich weiß auch nicht, wo ich bist. Oh, ich weiß auch nicht, wo du bist. Oh, ich weiß immer, die Alte läuft mir hinterher. Hm. Oh, die kann Sachen werfen. So, warte mal. Da hinten war glaub ich B und C, ne? Die kann einfach Sachen werfen. Ei, ei, ei. Ja, B und C. So, ich bin jetzt wieder beim Haupteingang. Da bist du, ich seh dich. Achso. Ey, waren wir nicht schon in C? Ich bin verwirrt. Nee, 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 C waren wir auch nicht. Wir haben nur die Schlüssel dafür. Ah, okay. Alter. Ich weiß nicht, ob die mir noch hinterherläuft, aber ich konnte hier weglaufen. Es war echt scheiße, aber ich konnte hier weglaufen. Okay. Na gut, vielleicht dauert's einfach Mühe. Wir können hier rein. Aber die kann Sachen nach dir werfen. Scheiße, ey. Ah, okay, okay, okay. Das ist die. Oh, fuck. Lauf auf die andere Seite. Wie das aussieht. Lauf einfach. Ja. Wichtig ist die Abschlussprüfung, wenn man so Landschlägen sieht. Ja, stimmt. Würde schon längst gehen. Okay, sie ist weg, glaub ich. Okay, sie hört dann sozusagen einfach auf. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Boah, aber ich find's echt nicht geil, dass die Kamera so... Nee, die ist ein bisschen belastend. Weil das immer so... Das sieht voll kacke aus. Kann ich vielleicht in den Einsturm? Kann man da eventuell bei der Kamera noch irgendwas machen? Oh, fuck. Dann können wir hier den Weg erholen. Oh, jetzt kam der Pfannwender angeflogen. Oder die... Was wirft die denn? Weiß ich nicht. Nächste oder so. Vielleicht Fäkalien? Okay, sie rennt ein Stück hinterher. Jetzt ist sie wieder weg. Jetzt schlappt sie wieder zurück. Ganz natürliche Bewegung. Ja, ja. Ganz natürlich. Hier? Können wir nämlich auch jetzt rein? Dann können wir uns hier auch... Ah. Mal sehen, wie wir jetzt sind. Boah, ich finde mal bei sowas... Zehn Seiten sind eigentlich echt zu viele, oder? Ja, das stimmt. Fünf, ja. Aber wenn die Alte so bleibt, dann geht's. Dann ist es ja machbar. Also wenn die wirklich nur so... Du klappst den Gang vor und sie ist weg, dann ist es okay. Ich glaube, ich habe hier ihr Zuhause gefunden. Scheiße. Da ist ein Mini-Donut. Ist das ihr Zuhause? Ja. Ach, das ist ja wirklich ein Mini-Mini-Mini... Das ist wohl ihr Geburtskanal. Oh, Junge, Junge, Junge. Scheiße, okay. Ah, das mit der Kamera, ich sag dir, das stört mich so was von. Ich verstehe nicht, wieso man sich immer dafür entscheidet mit diesen mitbewegenden... Ich habe keine Ahnung. ...Bewegungen. Das ist irgendwie so komisch. Verstehst du nicht? Hast du was entdeckt? Nee, ist einfach alles leer. Du hast einfach noch gar nichts gefunden, weißt du? Gar nichts. A, C, S. Ich habe... Goldene Pfanne, eine Seite. Ja, ich habe bis jetzt zwei Medi-Kids gefunden. Zwei, oder nicht? Zwei. Oh, ich habe auch einen. Oh! Da habe ich mich erschrocken. Das ist so ein wilder Sound, wenn du was aufhebst. Ach so. Keine Ahnung, wo die ist. Keine Ahnung. Bin oben. Ja, die kommt hoch. Scheiße. Oh fuck, jetzt wirft sie wieder extra. Was? Sie hat mich in Ruhe gelassen. Okay. Okay, okay, okay. Sie kommt wahrscheinlich jetzt wieder zurück zu dir. Ich bin... Ich bin ganz oben. Ich bin hochgelaufen. Ach so. Ne, ich bin auch oben. Und eine zweite Seite gefunden. Ne, nur so... Nur so als Info? Ja, ja, nur so als Info, ne? Ja, ich gebe mein Bestes. Da ist sie. Da ist sie. Aber ich finde halt einfach nichts. Ich muss wieder runter rennen. Die ist direkt hinter mir. Nein. Oh, ich bin jetzt wieder unten. Okay, ich bin oben noch. Okay, ich bin oben noch. Find einfach nix. Die ist mir nicht mehr hinterher. Okay. Selbst wenn ich will, finde ich nix. Der Wille ist da, aber... Es ist einfach nichts hier. Oh, die ist immer nach oben. Ist oben? Oben, ja. Am Eingang da. Dann bleibe ich nochmal unten. Echt... Merkwürdig. Was? Bist du wieder unten? Ne, ich bin immer noch oben bei der... Irgendwas läuft mir aber hinterher. Ne, also wir sind oben... Ach, ich habe einen Schlüssel gefunden. Nice. Sicher, dass es nur eine Lunch Lady gibt? Also entweder die ist jetzt wieder nach unten gespawnt, aber... Ich hab die gerade so richtig laut gehört, ey. Also ich bin mit ihr noch oben grad gewesen, aber ich sehe sie jetzt auch nicht mehr. Es kann sein, dass sie hier weg ist. Okay. Dass sie sich nach unten teleportiert hat, oder so. Ja, ja, die ist hier. Die ist unten. Dann soll er nicht wieder hoch. Ich höre sie auch noch ganz stark. Ich glaube, es ist du gewesen, oder? Wahrscheinlich. Oh! Oh, hier. Komm mal zu mir. Ich bin... ... oben... ... und dann... ... über dem Haupteingang sozusagen. Also da... ... man kann so in den Haupteingang runter gucken. Hier ist dieser... ... dieser Principal Office Schlüssel, den du gefunden hast. Hat sie dich gerade erwischt? Nee, also sie stande da. Ich dachte grad, ich hätte... Das bist du, ne? Ich bin das, aber sie ist halt hier gewesen, aber sie hat mich nicht gesehen. Da ist die Tür. Ja genau, den hab ich grad gefunden, ja. Da ist sie. Ja, und ich hab aber auch eine Seite gefunden. Seite und Schlüssel. Ist die beste. Oh, die kommt zu uns. Ey, kann man hier runter? Doch, wieso geht das nicht? Hallo? Hier der normale Schlüssel. Was ist, sie kommt? Ja, ich weiß. Das sieht aus, als hättest du einen gekackt, so wie du läufst. Mann, dann lauf du mal vor mir. Ich will das auch sehen. Wo gehst du? Oh, da ist die Alte. Die läuft hier hinterher, nicht hinterher. Ja, sie ist hinter mir. Die ist außer Atem. Jetzt läuft sie mir hinterher. Scheiße. Ich lauf weg, ich lauf weg, ich lauf weg, ich lauf weg. Willst du mich verarschen? Jetzt holst du aber auf. Jetzt hol ich auf, ja. Jetzt geb ich alles. Jetzt hast du das in mir geweckt. Jetzt gebe ich alles. Oh. Kannst du mich verarschen? Es waren gerade zwei Zettel auf einem Fleck. Sehr schön. Uns fehlt aber immer noch ein Schlüssel. Wieso stottert die Kamera so? Das ist ja wirklich... Das ist echt nervig in einer Zeit. Gerade wenn du links gehen möchtest. Links oder rechts. Nein, entschuldige. Ich hab gerade echt zappen. Bist du oben? Ja, ich bin mit ihr da in dem Büro. Oh, ich bin oben. Ich komm raus. Raus, raus, raus. Raus, raus, raus. Oh Gott, oh Gott. Aua, jetzt wirft sie wieder Äxte oder irgendwas. Gut, sie ist außer Atem. Sieht aber auch komisch aus, wie man rennt. Wie, 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 wie... Verstehe ich nicht, dass einem das gefällt? Hm. Du bist ja immer noch hier, die kennt. Die kennt. Ah, ich finde aber... Oh, ich habe eine Seite, glaube ich, gefunden. Warte, warte. Ja. Sehr schön. Da fehlen uns noch vier. Noch vier. Ja, das schmeckt doch. Wie alt ist bei mir? Aber uns fehlt... Stimmt, unten fehlt uns noch, ne? Für... Für... Äh... A, ne? Oder? Haben wir ja A? Doch, den Schlüssel A habe ich. Habe ich noch geöffnet. B fehlt noch. Ist sie deswegen wegen dir geschrieben oder wegen mir? Oh, wegen mir! Okay. Gott eifern, Walter. War noch eine Verschlossene? So, ne, die waren nicht verschlossen. Die waren einfach nur zu. Boah, ich höre die, glaube ich, wie die oben ist. Ja, die rennt hinter mir her. Noch eine Seite. Boah! Jetzt aber... Oh, jetzt eine B. Sehr schön. Das bedeutet, warst du schon in dem Principal Office? Ja. Da habe ich die zwei Seiten gefunden. Oh, ich habe noch eine Seite gefunden. Ich weiß nicht, wo sie ist. Drei Seiten, naja, die können ja dann wahrscheinlich nur bei B sein. Ich wusste, wo sie ist. Ich denke auch, dass sie die B sind. Ich bin hier gerade in dem Büro, wo ich einen Kreis rennen muss, falls sie kommt. Scheiße, ey. Ich traue mich nicht rauszugucken. Ich will nicht sterben. Ich habe eigentlich Medikit, aber ich will trotzdem nicht sterben. Nee, sterben wäre doof. Wo bist du? Oben, oder? Ich bin unten. Ich habe gesehen... Ich habe gerade übrigens dich gesehen. Deine Tante. Ja, nein, ich bin kurz in... Es wird geleuchtet. ...kurz runtergegangen, aber ich denke, dass wir oben alles haben. Zumindest... Äh, ach lol, wir waren schon bei B. Ach so, das ist nur der Schlüssel, okay. Alles entspannt, okay. Die müssen irgendwo sein bei den Wegen, die wir haben. Ah, hier war ich noch nicht, oder? Ich glaube, ich war hier schon. Ja, ich war hier schon. Hm. Zwei Seiten. Also haben wir jetzt sozusagen alle Schlüssel schon? Sind jetzt alle Türen offen? Ich wüsste nicht, welche Tür noch zu ist. Gut, gut. Muss ich oben nochmal gucken. Hm. Guck mal hier bei den Toiletten. Das ist so doof, dass ich deine Sounds von oben auch höre. Ich denke, du läufst hier neben mir. Oder die Alde halt, ne? Alles doof. Okay, also auf den Toiletten ist nichts. Würde mich ja auf Wunder in Pendati anfolgen sein, oder? Also, wenn's ein bisschen länger dauert, ob man ein Stück Papier benutzt, um was aufzuschreiben. Haha. Ach so. Dass es auf einmal fallen lässt. Hm. Hm. Ja, hier, wir brauchen noch den Staircase-Key. Ach so, ne, den hast du ja schon, ne? Ach ja, da unten bist du. Wollt ich hier mal öffnen? Das wär gut. Da. Sehr schön. Ich weiß nicht, war echt nicht hier unten schon? Hier unten ist ja auch noch was. Ja. Gern auch nochmal alles abklappern. Hier ist ihr Geburtsort da hinten. Ja. Ja, stimmt, dann kam sie ja, glaub ich, ne? Okay, hier ist sonst aber nichts. Gut, ich guck nochmal da, wo sie geboren wurde. Mhm. Wo sie geboren wurde. Äh. Äh. Mann, dieses Stacken der Kameras. Wirklich, also ich find das, das ist... Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das so positiv, äh, ausgewertet wurde, das Spiel, wenn das dabei ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen. Keine... Alter, du kannst... Hier ist noch eine Seite, wo sie geboren ist. Hä? Nice. Doch, eine Seite, da haben wir das Spiel durchgespielt. Also ne, wie gesagt. Oh, die, die alte ist bei mir, oh mein Gott. Oh, die ist bestimmt sehr aggressiv jetzt. Weiß ich nicht, ob die aggressiver wird. Weißt du, war Slenderman nicht eigentlich auch so damals? War Slenderman? Hast du das mal gespielt? Ja. Ja. Das originale, das Indie-Ding mit zehn Seiten. Ne, acht Seiten waren das. Ja. Ja, ne, ich hab auch letztens das, äh, Remake da gespielt, was die ja jetzt gemacht haben. Von... Der Rival? Ist das nicht schon ewig her? Ja, ja, das ist schon ewig her, aber die haben jetzt, äh, ein Level hinzugefügt und die haben ein bisschen was erneuert und die Grafik echt super gemacht. Also es sieht richtig schön aus jetzt. Kann ich dir echt nur empfehlen. Okay, sie ist... Ja, wir rennen oben irgendwo hin. Ich bin auch oben. Oh! Ne, Scheiße, ich hab dich verlaufen. Ah, ne, doch nicht. Oh. Mensch, das ist wie bei DVD, wenn die Hand was hinter dir ist. Man hört richtig, wenn sie die Axt zückt. Ja. Oh mein... Weißt du, sie lässt jetzt nicht locker, ne? Ne. Ne... Öhm. Zauberl, jetzt bin ich gleich tot. Ja, die hat mich. Du hast auch einen Medikit, ne? Das hab ich, ja. Die hat jetzt gar nicht mehr losgelassen, ne? Krass. Im Principal Office ist auch noch ein Medikit. Okay, die kommt jetzt zu B und C rein. Ach da, ja. Ich sehe sie. Gut, bin wieder oben. Nee, du bist unten. Ach so, ja, aber ich bin jetzt vom Boden auf gestanden. Pass auf, die läuft hier gerade mir hinterher, an dir vorbei. Ich glaube, die ist richtig böse. Nein, die lässt es halt auch nicht locker. Also bei mir hat sie nicht locker gelassen. Schau, dass ich die Türen nicht wieder zumachen kann. So, we'll always see. Let's see later. Ich weiß nicht, wie sie aufgehängt. Sie sind gut. Ich glaube, ich habe sie aufgehängt. Hier ist die letzte Seite. Das müssen wir zum Exit. Okay. Okay. Ach guck mal, hier bist du. Sehr schön. Ja, da geht's. Exit, da ist Exit. Ja, oah. Komm schon, lauf, 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 lauf. Nicht, dass die gleiche irgendwie kommt oder ding zu. Du kannst nicht einfach. Was stimmt, du kannst nicht einfach gehen? Ja, wahrscheinlich, weil ich nicht da war. Jetzt. Du bist entkommen. Ja. Ja, aber in halb Stunden gedauert. Ja, war super. Voll viele Erfolge, Mann. Det, det, det. Det, det, det. Det, cool. So. Du bist ein, 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 du Untertitelung des ZDF, 2020